Ab pro Wirtschaft, beziehungsweise auch Geschäfte und das Leben sozusagen in Dornbirn, da gab es ja auch ein Projekt, das viel diskutiert worden ist, die Erweitung des Messeparks, auch da ist man sich nicht ganz einig geworden oder einig gewesen in der Vergangenheit, auch da ist es relativ ruhig geworden in den letzten Monaten, wie ist denn da der aktuelle Status, gibt es da nach wie vor Gespräche oder ist das jetzt momentan mal, wie soll ich sagen, ein bisschen ruhend gestellt? Ja, da gibt es natürlich die ganz grundsätzliche Haltung, dass im Prinzip Handel eigentlich in ein Zentrum gehört, ich sage jetzt mal ganz grundsätzlich, wir in der Stadt Dornbirn leben seit Jahrzehnten mit Messepark und Innenstadt eigentlich in einer sehr guten Balance, also bei uns ist man es gewohnt, dass man entweder in den Messepark oder in den Innenstadt auch ein bisschen je nach Wetter und was man braucht, ich glaube die Bevölkerung nimmt beide sehr sehr gut an und es ist bei uns Gott sei Dank nicht passiert, dass die Innenstadt völlig ausgeblutet ist, weil wir am Startrand ein Einkaufszentrum haben, Von dem her ist die Diskussion natürlich nach wie vor aktuell, es liegt ein Antrag der Messeparkbetreiber vor auf eine Erweiterung des Messeparks, er ist auch in die Jahre gekommen und jedes Zentrum muss auch einmal saniert, adaptiert und erneuert werden, dieser Antrag wird voraussichtlich in Absprache mit den Betreibern und mit dem Land im Laufe des Herbst behandelt werden, dann werden wir schauen, da hängt natürlich sehr viel ran auf Verkehrssituationen und andere Dinge, aber wir sind da in sehr guten Gesprächen. Vielen Dank.